hallo und herzlich willkommen zurück bei real heroes a firefighter in der letzten folge hat unweigerlich der erste einsatz nach dem tutorial angefangen und hier stehen wir schon hier vorne gab es eine kleine explosion unser weil das der lieutenant der hier vorne steht ich weiß gar nicht mehr wer das hier vorne steht ist leicht in gefahr wo sind wir ach da sind wir wahrscheinlich reingekommen durch die tür okay ich dachte gerade schon ja okay ich sollte nicht denken ich sollte hier machen löschen wir erst mal hier ein bisschen feuer so die tür wie sicher dass hier alle leben rauskommen zeit für helden taten probie genau unser lieutenant sagt uns einmal hier durch ja das ist was anderes als im training hier ist ein bisschen heißer aber kein problem für uns wir kriegen das hin ja ich bin schon unterwegs ja ja diese guten alten fünf mal fünf pixels next wie lernt man so schön ja wasser und strom sind natürlich gefährlich in der kombination auch in diesem spiel aber ich will erst mal das feuer ein bisschen unter kontrolle bekommen das was ich treffen kann treffen war ja okay jetzt können wir uns erst mal den schaltkasten und machen den strom aus und dann können wir das restliche feuer löschen vorsichtig nicht das feuer vergessen danke ich dachte und nicht wäre es geschehen keine ahnung was hier auf dem fließband anfasst aber es ist brennbar haben die die maschine ab okay die türme sind aus haben die nicht auf der einsatzfahrt was von der metallfabrik gesagt also das metall so leicht brennbar ist wäre mir eigentlich neu ich finde es auch schön wie maul ist hier versucht mit einem feuerlöscher weiter zu kommen wo kann man denn hier kann man ausschalten ja hilfe ist unterwegs hilfe kommt was rennst du hier auch mit dem feuerlöscher rein ja ich tue doch schon so als wüsste ich was ich tue was kann ich dafür wenn der hier ohne schlauch rein rennt ist doch nicht mein problem dass der so blöd ist aber das ist leider so ein bisschen naja wahrscheinlich jetzt hier gewollt dass die alle ohne schlauch da rein rennen und sich somit quasi immer abfackeln lassen würden also ich bei so einem gebäude brand nur mit dem feuerlöscher naja versuchen wir hier mal das feuer unter kontrolle zu kriegen damit wenigstens unser rückweg frei bleibt nicht dass wir ja auch noch am ende festsitzen weil am feuer vorbeigehen sollte man ja niemals tun so ich glaube das sieht gut aus das ist aus hier vorne brennt es noch ein bisschen feuer aus hier muss noch schnell sein warten wir mal was ist das hier nur für eine fabrik in jeder mission gibt es hier ich glaube ein gegenstand zum sammeln in einer vielleicht noch mal zwei jetzt wird sie aber kritisch ich würde mal sagen dass es so ganz dezent gefährlich hier gerade so ganz dezent okay machen wir erstmal hier so ein bisschen das feuer aus so wie komme ich jetzt hier dran vorbei laufen 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 so jetzt müsste das gas ausgehen perfekt und dann machen wir das hier aus was laufe ich hier eigentlich alleine rum man geht doch niemals alleine rein jetzt lassen die mich hier ganz alleine rumlaufen fast sterben tolle kameraden habe ich hier auf der wache aber okay ich habe genug chicago feier geguckt um zu wissen wie man ein feuer bekämpft ja das ist natürlich auch ohne chicago feier so brennt es noch hier unten brennt es aber ja so ein bisschen erinnert mich dass hier alles an chicago feier gut liegt vielleicht auch daran dass wir jetzt einfach in amerika sind dann haben wir hier feuer aus gab es hier nicht auch noch irgendwo wir anscheinend nicht oder hinten brennt noch was irgendwas von hier gelöscht ja komm jetzt müssen wir doch von hier gelöscht kriegen ja perfekt dann können wir weitergehen hinter uns brennt nichts mehr dann ist es einigermaßen sicher weiterzugehen ja ich bin dabei schon erledigt jetzt kann man ein bisschen feuer löschen das werden wir auch die meiste zeit in diesem spiel machen feuer löschen feuer löschen feuer löschen ich glaube großartig technische einsätze gibt es gar nicht bis auf ein von daher wird der schlauch hier unser beliebtester unser bester freund ich weiß eigentlich muss man hier auch gar nicht alles löschen aber wenn ich schon mal dabei bin dann kann man die aufgabe ja auch richtig machen oder ich will nicht sterben hey du hol mich hier raus das ist ein befehl hey ganz ruhig ja erst mal den rückweg sichern dann können wir über deine rettung reden eigensicherheit geht vor so guck mal hier feuer ist doch gleich aus den rest muss ich von oben löschen ich will nicht sterben hey du hol mich hier raus das ist ein befehl der einzige der mir befehle gibt sind mein captain also mein chief und mein lieutenant da hinten brennt noch irgendwas okay feuer aus kontrollieren wir mal hier das klo diese zahnräder die man hier so findet das sind gegenstände für die brandermittlung davon gibt es drei stück pro einsatz und wenn wir alle drei finden dann können wir rausfinden wo das feuer angefangen hat ich will nicht sterben hey du hol mich hier raus das ist ein befehl ja machen wir wird erledigt komm holen wir den hier raus bisschen feuer löschen das ist alles parkers schuld der und seine dämlichen sprachprogramme aha geld sparen okay geld sparen auf kosten der sicherheit der mitarbeiter da wissen wir doch schon wo die brandursache zu suchen ist können wir uns hier mal durch der hat nämlich schon wieder ein rotes kreuz dem geht es ganz schlecht oh na toll starten wir mal kurz ab dem checkpunkt neu na die feuer sind alle gelöscht aber ihn nicht sterben hey du hol mich hier raus das ist ein befehl er lag wohl zu lange im feuer das ist alles parkers schuld der und seine dämlichen sprachprogramme ja komm da oben brennts noch wo brennts denn noch hier brennt doch nichts mehr komm raus ich übernehme diese trottel das nächste büro gehört und da ist alles voller rauch an deiner stelle würde ich ein paar fenster einschlagen und den laden durchlüften bevor ich reingehe ja ok das machen wir machen wir hier noch gleich weiter komm einschlagen so chief raum belüftet ja gut dadurch dass wir jetzt einmal kurz neu laden mussten hat sich das feuer hier noch nicht so extrem ausgebreitet und ist noch relativ einfach zu löschen dann machen wir die ecke schön mit dem sprühstrahl und dann geht das feuer ganz schnell aus ist ja zum glück amerika hier muss man nicht so drauf achten nicht allzu viel kaputt zu machen ja wir können auch mal schnell hier belüften der fernseher braucht auch kein mensch wir wollen doch hier sparen hat der kollege der ihnen gesagt und dann helfen wir ihm mal ja jetzt beginnt die action ne schlauch komm 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 uns geht's gut doch wir schaffen das ich bin profi wir schaffen das ich bin profi wir schaffen das ich bin profi wie kann das überhaupt so durchzünden und dann raus da ich kann das so extrem durchzünden ja leiter ist da komm raus hier Jo, bin schon unterwegs Wie das so schnell durchzünden kann Ja, weil du gespart hast Okay, Engine 13 Gucken wir mal, was wir hier retten können Innenangriff Nicht erfolgreich Also versuchen wir es mit dem Außenangriff Schön langsam, haltet die Fenster feucht Ja, ich mache es schon Ich ziehe es schon auf die Fenster Aber auch das Drumherum muss gemacht werden Nebenbei aufpassen, dass ich den Nachrichten Helikopter nicht treffe So, dann Erste Gebäudeseite ist gelöscht Weiter geht's hier drüben Ah, es sieht doch gut aus Das kriegen wir aus So, schön hier rüber So möchte ich das sehen Ja, perfekt Danke Chief Da brennt's aber noch Das kann ich nicht so lassen Das Feuer wartet nicht auf uns Rauf auf die Leiter Ja, okay Sorry Jungs Was ist das hier? Ach Drehleiter 13 Drehleiter 13 Achso, auf die Drehleiter Okay Ja, fahr mich doch noch mehr dran Witzig Weißt du mich erstmal schön vor die Explosion fahren Und dann beschweren, dass die Hecke nicht genug Wasser kriegt Ja, bin dabei Ja, aber treib mal nicht Bin dabei Das ist echt so eine Chicago-Feier-Mission hier Die Katastrophe wird immer größer Mensch Junge, du bist Feuerwehrmann, du hast Schutzkleidung an Du könntest da durchrennen Das stellt sich ja mehr an als die Zivilisten Halte das Hauptfeuer unter Wasser Wir haben es noch nicht überstanden Bin dabei, bin dabei Ja, Leute, bin dabei Den Leuten geht's gut Danke Komm, das muss doch hier Der ist doch auch schon im Heli Guck mal, sind alle weg So viel zu das Gebäude kann man recken Ja, ich muss mich hier gerade nur mal kurz umgucken Okay, da kann ich nicht rein Ich weiß nämlich nicht, wo das zweite Teil für die Brandschutz-, äh, Brandursachenermittlung liegt Ja, ja, ich bin schon da Sorry, Leute Musst du was gucken Oder liegt das hier? Ne Hier ist es auch nicht bei den Waggons Schade Ach, da liegt es Jo, ich brauche nur kurzes Teil Äh, wenn ich den Schlauch kriege Ja Aber immerhin stehen ja auch zwei, drei Leitern Oh, falsche Taste Wo muss ich denn hin? Hoch, ne? Ja Ach, da oben Okay Versuchen wir mal, den Rückweg zu sichern Kommen Sie, gute Frau Alles okay Wo, wo bin ich? Oh nein Ah, ist so ein kleines Feuer Haben wir gleich unter Kontrolle Ist nur ein Lager Da stand ich gerade Da stand ich gerade Gott, das Ding hat nämlich fast erschlagen Der erste Einsatz und schon fast ein paar Mal draufgegangen hier Jo, komm Oh Ah, das, äh Wenn du mich da hinfährst Ach, da steht er Oh, komm Lauf einfach ganz schnell Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter So, fahrt mich runter, Jungs Den kriegen wir runter So, Person gerettet Gute Arbeit Er ist in Sicherheit Bitte, der Kerl ist froh, dass er rauskam, als er es tat Trieb nach einer Todesfalle aus Definitiv Alles klar, Lieutenant Na dann Rein in die Flammenhölle Hm, ich tu mein Bestes So, dann Zum Glück kann man hier in den Hochregalen laufen Einmal nach unten Da ist das Hauptbüro Erstmal den Schlauch mitnehmen Ja, erstmal Feuer löschen Ja, darf ich erstmal hier Bisschen die Flammen löschen Danke Lass mich erstmal So Feuer unter Kontrolle Ja, da ist der Was ist das für ein Haupteingang Bewegt den Müll Ja, bin auch dabei Richtig Richtig Man, man, man Hier explodiert auch alles Was lagern die hier? Luft fliegt Ich habe eine Idee Wenn du auf die Leiter da steigst Dann kannst du mich von der zweiten Etage ausdecken Vielleicht können wir die Arbeiter dann retten Ja gut Wenn du das sagst Ich bin ja hier nur der Neuling Dann wollen wir mal hier hochgehen Hey, kannst du mich sehen? Hier unten Was siehst du, Rekut? Kannst du einen Weg durch die Flammen freikriegen, damit die Arbeiter zu mir kommen können? Bin dabei Ist in Arbeit Guck mal, Weg ist fast frei Was ein Lagerhaus, ey Überall Benzin Beziehungsweise Ölspuren auf dem Boden Dann explodiert hier alles Du bist gerade bis da vorne gelaufen Natürlich kannst du gehen Was stimmt nicht mit dem? Oh, da ist schon wieder was explodiert Moin Geh den hier raus Geh weiter und finde die anderen zwei Arbeiter Geh den Weg zurück, den ich gekommen bin Am Gabelstapler vorbei Die müssen tiefer im Lager drin sein Okay Hm Das sieht natürlich Da würde ich doch niemals dran vorbeigehen Wenn das Feuer übergreift Dann kriege ich den Schlauch zurück jetzt Wenn das Feuer da übergreift Dann habe ich doch sofort verloren Okay, ich komme hier hinten gar nicht großartig hin Kann man die auch kaputt machen? Nee, natürlich nicht Da sind noch mehr Explosionsfässer Was ist das für ein Lagerhaus? Naja Jetzt ist es auf jeden Fall kein Lager mehr Okay Wahrscheinlich muss ich hier weiter Hallo Ich bin für Sie da Schnell bitte Das Feuer wird stärker Ich stecke hier hinten fest Feuer Department Melden Sie sich Hallo Ist da wer? Ist jemand da? Hey Larry Bist du das? Ja, ich habe Larry Wo ist der andere? Oh Gott Hier explodiert doch gleich alles Ich sehe es doch schon kommen Oh Gutes Versteck, Kollege Mach doch das Tor auf Warum machst du nicht das Tor hier auf? Bist du das? Wir kommen dich holen Du musst Phil retten Der schuldet mir ein Zwanziger Schnell Larry Ja, der Feuerwehrmann holt dich da raus Phil Halte durch Ihr schuldet mir gleich bei den Zwanziger Wenn ich euch hier rette Ist doch der einzige Grund Warum ich ihn retten soll Ne? Damit du bloß deinen Zwanziger wieder kriegst Hey Larry Bist du das? Nein Sehe ich aus wie Larry Oh Mann, das war knapp So Wenn du mich für Larry hältst Dann kriege ich jetzt ein Zwanziger, ne? Ich habe gehört Du schuldest mir ein Zwanziger Ich kann mich nicht bewegen Ah, ganz ruhig Ab auf den Boden mit dir Atme nicht so viel Rauch ein Warum liegen hier überall Ölspuren? Das ist Ganz strange Lagerhalle Ich dachte ich wäre am Ende Kann ich den Zwanziger wieder haben? Larry Hey Echt jetzt Larry? Das Dach bricht ein Wir werden sterben Danke Larry Nur wegen deinem Zwanziger Ja Hallo, okay? Mir geht's gut Mir geht's gut Cameron, Proby, Match Nur einer dieser Arbeitstage Wo ist Cameron? Er war im Lagerhaus unten, denke ich Cameron, Cameron, kommen Alles okay, Rekrut? Dachte da kurz, wir hätten dich verloren Ja, ja, alles gut Ich Okay Hauen wir hier ab Ich bringe die zwei raus Du musst Cameron finden Der Einsturz Er könnte verschüttet sein Und erinnend Durch den Einsturz Und einige tragende Mauern kollabiert Mit anderen Worten Das Gebäude bricht zusammen Wie viel Zeit haben wir? Sagen wir einfach Nicht viel Findet Cameron Und bringt alle raus Jetzt Ja, okay, dann Ich komme Da bleiben Hey Hallo Was zum Teufel ist passiert? Das weiß ich selber nicht Die Decke ist eingestürzt, glaube ich Ich habe nicht viel mitbekommen Ich lag drunter Ich würde auch gerne das dritte Teil Für die Brandursachenermittlung finden, aber Ich sehe es hier gerade nirgendwo Feuerwehr hier Hören Sie mich? Hey Hallo Was zum Teufel ist passiert? Feuer Department Melden Sie sich Ach da Versteckst du hier nicht zufällig? Nee So, jetzt haben wir die Riesengas-Explosion verpasst hier Ich möchte immer noch gerne das dritte Teil Für die Brandursachenermittlung finden Aber ich glaube, das Spiel lässt mich nicht Ey, du hast immer noch Feuerwehrklamotten an, aber hast Angst vor so ein paar Oh Nein Negativ Chief Wir kämpfen uns hier noch weiter durch Wir kommen hier schon raus Hey, hallo In so einer kleinen Kiste? Ernsthaft? Kein Wunder, dass dich alle mobben Weißt du, ich muss mich hier in die Flammenhülle stürzen Und du? Guck mal, wir können hier hochgehen Nicht oben? Vielleicht das dritte Teil? Alle Zivilisten wurden evakuiert Aller Monster Außer der ständigen Nähe zum Tod Ist das ein toller Job, was? Nee, leider nicht Äh, ja Natürlich ist das ein toller Job Ich bin heute nur ein paar Mal fast gestorben Und das am ersten Tag Hier muss doch irgendwo dieses blöde Teil liegen Ich gehe nicht eher weg, bis ich es gefunden habe Oh wow, ich bin im Kreis gerannt Ja, okay Ich glaube Ich habe es gefunden Da ist es doch Da ist doch, was ich suche Zu heiß, viel zu heiß hier Komm, gib mir das Teil So, jetzt können wir gehen Jetzt ist die Brandursachenermittlung zufrieden Jetzt können wir gehen Und das war es auch Mit dem ersten Einsatz Wir haben 13.852 Gallonen Wasser verbraucht Ich weiß nicht, wie viel Liter Wasser das umgerechnet sind 0,35 Feuerlöscher 4.997 Brände gelöscht 89 Objekte zerstört Höchste ertragende Hitze 507 Grad Gesundheitswert 100% Und besiegte Drachen 0 Besiegte Drachen Ja Das wird noch eine Rolle spielen Aber erst später Der Einsatz ist geschafft Damit können wir zurück zur Feuerwache Das weiß ich gar nicht Ich glaube fortfahren will den nächsten Einsatz auslösen Zurück zur Feuerwache müsste das Richtige sein Hey, hat jemand mein Sandwich gesehen? Pastrami mit Roggenbrot und Sen Nein, ich habe es nicht gesehen Match, ich habe es von zu Hause mitgebracht Ich habe eben den Nachmittag damit zugebracht Ins Feuer zu springen und Leben zu retten Da habe ich mir mindestens ein gutes Sandwich verdient Was ist mit mir? Auch ich habe Menschen gerettet Möchtest du die Essiggurke? Okay, vergiss es Ja, jetzt gibt es noch so nette kleine Gespräche auf der Wache Wie sich unsere Kollegen die Zeit vertreiben Der Neue hatte ich gut geschlagen Er hat immer noch viel zu lernen Hey, Lu, hast du den Wetterbericht gesehen? Ja, ich hasse es, dass es so heiß ist, so früh im Jahr Ich mache das nun schon seit langem Habe aber die Stadt noch nie so trocken gesehen Diesen Sommer werden wir unser Brot hart verdienen Ja, und jetzt können wir uns hier auch noch ein bisschen umsehen Zum einen haben wir unseren Spind Wo wir jetzt unter anderem Die Axt ausrüsten könnten, die wir eben gefunden haben Und entsprechend die anderen Sachen, die man so finden kann Ich würde aber sagen Wir bleiben bei der Standard-Axt Ich meine, die sieht zwar cool aus, aber Ja, komm, wir nehmen mal für einen Einsatz die Red Hot Axt Ja, hier können wir uns die Aufträge ansehen Was uns noch erwartet Ist zwar leider dann ein bisschen gespoilert Aber auf kurz oder lang sieht man das sowieso Im Chefbüro ist nichts Wichtiges los Hier können wir uns nur die Brandursachenermittlung angucken Industriegebiet haben wir alle drei Sachen gefunden Und jetzt sehen wir, Brandursache war der Stromkasten Der hat das alles in Brand gesteckt Von daher würde ich sagen Gut, Credits brauchen wir uns nicht angucken Auszeichnung haben wir natürlich auch bekommen Einmal die Satellitenschlüssel fürs Training Und den Gabelstapler für die Industriemission So, jetzt würde ich sagen War es das auch mit der ersten Folge 35 Minuten haben wir Ja, das passt Dann kann ich einen Einsatz Also eine Folge pro Einsatz machen Passt bisher ganz gut Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Einsatz In der nächsten Folge wieder mit dabei Bis dahin Macht's gut Ciao Outro drauf Outro Outro Aufno 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 Untertitelung des ZDF, 2020